Tôi là chợp Hahahaha Süß Ouuuuch Morgen Jungs Und mädden Das hat voll gepasst mit dem Wir Spielen weiter bei wie strange, dem richtig geilen Spiel, wie wir es genannt haben schon irgendwie, ne? schon, also es hat schon das zuschauen, hat schon Spaß jetzt spiele ich heute mal da kriege ich das richtige Feeling ah ja, wir waren in der... im Train Simulator oh, wir sind gecrashed, oder wie? oh, das ist das andere Internet doch der ist so ein bisschen da in die Waggons gecrashed, da meine ich mich dran zu erinnern ich habe die Leiter benutzt, hast du gesehen? ich habe eh gedrückt so krass da geht es bestimmt nicht weiter keine Zombies mehr draußen ja hoffentlich, ne? da blockiert eine andere wie es vorhin in die Knazze hast du gehört? was hast du gedacht? ah, man kann es zoomen, schau mal, ist doch cool wieso knapp ist es so? wieso geht es nicht mehr weg? ich wüsste was du gemacht hast ich wüsste was du gemacht hast oder vielleicht kam es jetzt als Ding und du solltest es einfach ausprobieren ah, da haben wir schon ok wie, da waren wir schon ich dachte mal da musst du jetzt reingehen, oder? in den Tunnel? ja du warst doch in dieser Bahn drin mit den Sitzen und wir sind dann da rein gecrashed der Wagon, der stand ja schon da ja gut, dann gehen wir mal durch den Tunnel hier warte mal was geht da ab verleben wir her wir haben noch Schaden wahrscheinlich vorletzte Mal du hast einen Schaden ladet da ja das war der Checkpoint bis zum nächsten Mal jetzt haben die fuck, raus hier passiert nichts alles alles ok alles normal oh, ich sah ja unterm Ding unterm Waggon was hat sich was bewegt fuck ich glaub da kommt gleich einer fuck shit ich treff doch nicht also vorne ist einer zoomen weiter soll ich in Header gehen? ach so, da kann man nicht schießen mal so machen krass aber war der vielleicht tot schon ne, vielleicht war das ja noch Mensch ja pech shit happens sag ich geh mal in den Waggon rein vielleicht ist da was drin kannst du da reingehen? ne, jetzt zuschauen ok ja dieses Spiel hier dreht sich rund um das Thema Züge überall sind Züge Ziegelsteine Autos Zäune ist ein sehr technisches Spiel auch kann man nicht oh, da kann man rein da kann man rein ich bin vielleicht erschrocken hast du es nicht aufgenommen? das ist ein Fernse das ist ein Fernse es macht keinen Unterschied ob ich RTL oder das schaue weil vielleicht wird man dadurch sogar intelligenter wenn man das schaut da ist eine Nudelbox und dein Oldschool PC ja bringt ganz nix hier oh Zeitung was Wentworth Leuchtturm stillgelegt hat man nicht schon mal irgendwo ein Leuchtturm war da nicht was? diese Zeitung haben wir schon mal gelesen oder? da genau, Katze gesucht und da der Vogelscheuchen Wettbewerb ne, komm doch mach das weg stirb wie merfe ich das? ach ist ja voll schlecht meine Wurfskills sind ein bisschen schlecht da war nix mehr oder? da ein Zaun dahinten ja, hätte ich gesagt ja, ich hoffe da ist keine Ecke geh mal weiter so ein böser, böser wenn dann sollen wir hm, was sollen wir da machen? ich schließe ja, glaube auch das ist bestimmt schon zombies das ist der Teil den wir nicht verstanden haben da hat er noch gemeint die sind Zombies und wenn wir sie sehen sollen wir sie schnell abknallen echt? ne hat sie jetzt geglaubt weil er den Anblick nicht ertragen kann Telefon aller von unscharf ich habe Telefon ist kaputt gemacht gut als oh die Züge, junge, junge, junge das war ein fetter Effekt oh, Alter oh, ich bin so schlecht das schaut echt aus wie so ein Nazi irgendwie wie so ein Nazi das ist ein typisch deutsches Gesicht ist das das ist ein Typ mit einer gelben Jacke und einer dunklen Hose da geht es in das Auto rein hast du nicht Wolfenstein gespielt? das ganz alte? Wolfenstein 3D hieß es glaube ich und das war nur so halb 3D das ist voll mies hier drin da sahen die Nazis genauso aus wie der was ist das? ammunition machen, reload jawohl jawohl wir sehen wieder im Spiel, ne? das ist lustig das ist eine Lampe siehst du das da so ein bisschen rauschen, ne? ja das ist bewusst wahrscheinlich auch weil da ist ein Schiffcode also soll ich mal einen Bar-Kuh machen? Alter, mach das mal! mein Ding ist da auf dem Fenster mach ich jetzt Bar-Kuh? das dauert ein bisschen aber da steht einfach nur hallo, ne, lass da steht nur 24724 ja und ich glaube das ist zu unscharf wo ist mein Bar-Kuh? wir machen das jetzt wenn ich mein Bar-Kuh finde da mir die App wenigstens einmal zum Einsatz kommt, oder? ja ich benutze es nie habe ich es überhaupt drauf? ja geh weiter ich glaube ich habe keinen Bar-Kuh drauf ne, ich glaube ich habe es geräuscht ich habe Angst kein Bar-Kuh er war wahrscheinlich eh zu unscharf weil er war ja voll pixelated und so warst du da drin? ne, da geh ich jetzt rein da steht nämlich danger warum ist es unscharf? hey, ich schwimm! das ist Öl Depth of Field ist das ja unscharf ja, wenn du schießt dann brennst du eh in die oh juhu hm, warum go? das ist ja eklig voll die voll die Kopf pass auf dass da keiner kommt aus der Kiste oder was? nein, da vorne da links das ist gar nicht mehr rutscht ich bin jetzt rechts gegangen ja und? deswegen gehe ich auch nicht ah, Reload gute Idee das da mit dem Cannon Tunnel oder da rein? halt echt Luke öffnen da rechts ist noch was so, dass da jetzt nicht was rauskommt ok, clear oh ja, wir sind Ziegelstein runter stirbt Zombie warte mal, sollen wir erstmal gucken was da noch war? da war doch nichts mehr ja, aber die andere... ach so, das ist symmetrisch hier, geht zusammen ja, lustig aber nicht, dass da noch eine Tür war nein war nicht ich wutsche jetzt kommt einer das klingt eh kraft ein Ziegelstein springeranz die kann springen stirbst ladegarten volles Portal, oder? ja alter alter der Ziegelstein ist da ja so geil sind wir in der Müllpresse? ah, jetzt ist noch einer wir haben nur noch einen runter gespissen vielleicht ist der ja auch normal in einem mal keine Ahnung Zufall aber warum muss ich mich hier bewegen? können das nicht einfach automatisch gehen? das ist ja für lustig ja, jetzt geht nicht weiter halt doch jetzt угol voll der Kanal junge ich will raus was ist das? ja, da muss man springen nein ha ach geht da los schuss da ist noch ein kalister da ist die Tür Wo? Da war eine Tür. Was machst denn du? Die, wo ich am Ende war oder noch davor? Beides. Achso, dann habe ich beide verpasst. Ja. Aber das ist wohl der way it goes. Kopf. Toll. Links. Links war voll. Du kannst es auch nicht pauschalisierter sagen. Du, do not block. Stampfst du mich jetzt an? Ja, das war gar nicht gewinklig. Nee. Da müssen wir jetzt was großartiges sehen. Ich kann hier nicht fokussieren. Weißt du was? Was war das? Ammo? Seht ihr? Keine Ahnung. Das war anders als ich. Haben kann ich den Tower, oder? Das weiß ich nicht. Nee, ich bin jetzt nix. Oh, geil. Das war jetzt verschwindete Munition. Man könnte es so sehen, man kann es aber auch anders sehen. Aber was steht an der Wand? Da rechts. Über der Tür. Water. Tree Treatment Pump Control. So würde ich meine Facilities auch nennen. So, was steht da? Das steht dasselbe. Alter, jetzt was? Drücken. Drücken. Mach es. Alter, das stampft ja doch zusammen. Vor allem hat es da irgendwas gestampft. Ja, jetzt kommen wir doch nicht mehr rein. Muss man sich da beeilen? Vielleicht. Oder? Wenn nicht, dass du da stirbst. Ja, da hat sie auch was gemacht. Ja, du musst dich beeilen. Ja, das geht schon einigermaßen langsam. Äh. Du musst da, wenn das zugeht, musst du da durchgehen. Wenn du drin bist, ist das andere offen. Pfff. Falt den Zack. Das schaffen wir nicht, oder? Probier's aus. Äh, Leute. Geh ein bisschen weiter weg vom Schalter. Schau, wie weit du weggehen kannst, dass der noch umschaltet. Und dann mit Shift um die Ecke rin kommt. Ah, verzockt, verzockt. Verzockt. Ah, das geht nicht, Mann. Lass da mal zugeschauen. Du kannst ja immer noch her, wenn's... Das muss gehen. Ja, wenn's... Ah, da geht's ja nicht weiter. Vielleicht muss es mit irgendwas blockieren. Ja, gut, ich bin wieder richtig gelaufen, ne? Hier geht's überall nicht weiter. Ammo, oder? Ah, na, na. Oder hat das nicht gehirn? Ja, jetzt bei irgendwas haben wir rufen. Hä, ich bin geschwächt? Bist du das? Vorher hatte ich mich mehr an. Vielleicht vom Falldamage. Oh, ja. Jetzt soll ich doch noch ein bisschen daraus kommen. Also, gut, probier was. Do not block, siehst du? Ah, warte mal, können wir's blocken? Können wir's blocken? Ich denke, das sind so Kisten, oder? Da steht do not block. Ach so, ja, scheiße. Das sollst du nie machen. Break the rules, oder? Da ist noch eine Kiste. Aber jetzt die zerbricht, oder? Was denn? Wenn die hole ist. Da war noch so Plastikflaschen, wo du einen kaputt geschossen hast. Die passt halt hier perfekt rein, die Kiste. Was zu beweisen wäre. Ja, perfektes Netz. Ich führte schon, dass es hier so eine Koppel hätte. Los. Kiste kaputt in 3, 2, 1. Uuah. Das muss was Festeres sein. Ohre. War da was Stabileres irgendwo? Da war ja nichts. Da ist noch so eine Kiste. Die Ziegelsteine vielleicht? Junge, das könnte sein. Vielleicht halten die, aber... Ne, die waren ja viel weiter hinten. Da kommst du nicht mehr hin. Das war nachdem du in das Rott durchgefallen bist. Da kommst du jetzt nicht mehr hin. Gieß es. Das mit der Kiste ist dieselbe, oder? Ja, das ist auch so ein Holzverschlag. Das kannst du vergessen. Karton, oh, der Karton hilft bestimmt. Ne, diese Plastikflasche. Geht einfach. Die hat es doch sofort zerstört, Mann. Die Plastikflasche, da lag noch eine Plastikflasche, die wohl sofort zerbanscht. Ne, das war ein Stück Holz, oder? Echt. Gehen wir zurück in den anderen Raum, war da irgendwas? Süß. Tisch. Das sind andere Küsten, oder? Ja, die können stabil sein, die haben so Stahl an der Seite. Die sind verstärkt. Vielleicht mal mehr erinnimmt? Ja. Ich würde zwar erst mal da in den Gang. Ach, scheiße. Echt jetzt? Na komm, ich muss gehen. Aber ich würde alle, alle probieren. Ja, ja, klar. Gehen alle kaputt. Oh ja, so ist gut. Gut, oder? Ja, halbwegs. Dann passen drei hin, und dass du dann immer noch durchpasst. Müssen wir gucken. Und da sind halt auch drei irgendwie, ne? Ja, der Raum hat auch sonst irgendwie keine Wirkung. Ja, keinen Zweck. Ja, doch, das geht. Ah, so schön. Ja, und jetzt dann noch. Den wird dann ganz links, und du gehst dann zwischendurch. Gute Idee. Damit du so ein bisschen verteilt hast, die Lasten. Muss man ja richtig denken, Junge. Na komm schon. Und mit Gewalt durch. Ich hab... Alter. Gecheat. Für macht die Arbeit. Nicht für. So, jetzt wird es spannend. Ein bisschen weiter zurück. Die linke Gäste, oder? Nee. Ja, ich hab schon gesagt. Weil die sind alle gängig weit drin, oder? Ja, ziehen alle raus, dass sie da in der Mitte sind. Was tun sie? Die gehen alle kaputt, ich sag's dir. Geht er durch und ein Cheapsharing raus, oder so? Oh, ja, mach, ja. Komm, mach. Ein, ja. 3 zu 1, Ratsch! Alter, wie ist halt... Nein, das ist... Du triggert durchgegangen bist. Wär aber auch mies. Jo. Hochklädern. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Bad. Zimbo, ne? Mach's so. Was ist das? Ich da! Da ist voll die Säure drin, Mann. Nee, das sind Fäkalien. Und das ist Krakamaka. Lassig. Dadurch, dass du so ein bisschen verwundet bist und so schürf worden hast und so, da kommen dann die Bakterien von den Fäkalien, kommen dann über ein Blubkreis drauf und da kriegst du dann eine Sepsis. Und verlegst ziemlich elendigst. Ich glaub, da kommt heiße Luft, kann das sein. Warte, schaut das nur so aus. Oder kalte Luft. Verliere ich uns? Nein, das würde ja auch nach Reto-Viniert. Wofür ist da was, glaub ich. Was hat die Tür jetzt geblockt, oder was? Ja, wenn es unter dem Türgriff ist. Oh, toll. Oh, es geht nicht ab. Oh, wie lässig. Was geht jetzt ab? Hilfe. Was ist das andere hier? Volles Monster, Alter. Ja. Geil, jetzt haben wir hier Wasser drin. Ah, okay. Kann ich jetzt rein? Ich hab noch mal. Ja. Der Gnadenstoß. Wir wollen ja nicht, dass er leidet. Dadurch, die Tür geht es gleich, oder? Was ist das? So, äh, erst mal da rein, oder? Geht nicht. Kannst du für eine Tonne dahinter vielleicht? Oder was kann ich da aufdrehen? Äh, Tonne, Tonne. Da, schießt auf das rolle Fass. Tonne, Gang. Echt? Oh, passiert nichts. Da kannst du reingehen. Ach nicht, Mann. Oh, jetzt sind wir hier oben. Nee, da haben wir vorne gar nicht. Ich glaub nicht, ne? Du groß. Voll der Komplexjunge. Kann ich durch? Du komm. Komm hoch. Nee, ist nicht im Freien. Voll riesig. Juh, ein Halfpipe hier. Bloß in der Mitte ist ein bisschen kaputt. Äh, dann jetzt da rein, oder was? Ach, das ist ja bis zum Knöchel, so. Der hätte ja auch direkt hier durchgekommen. Aber hier ist nichts, oder? Weißt du, wo du hin musst? Nee, hier ist nichts. Da war der Tür. Nicht. Da komm ich. Weiter hoch. Weiter. Ja, warte mal. Was ist sonst nichts? Kommst du nur durch diese Leiter da hoch? Kommst du in die Mitte und von dort? Ja, okay. Siehste? Finde ich voll cool hier unten. Ja. Da würde ich auch mal gern. Ja, für der Kanalforscher bin ich jetzt. Kanalforscher. Geh hoch. Mal. Ist der Titel für das Video, oder? Kanalforscher? Nein, oder? Oh, oh. Ich sag nur den Cryo 4. Parcours. Leet Parcours. Der rutscht da runter, Mann. Na komm, mach jetzt gescheit. Mach jetzt gescheit. Alter, es ist hart. Na komm schon. Na dann an einem Seil klettern, oder was? Ja. Eins, zwei, drei, hopp. Oh, da muss man drauf. Den hat's zerlegt, oder? Nein, wo komm ich raus? Ich war gerade voll rot angestrahlt. Nicht so weit weg, okay. Na komm, probier's nochmal. Äh, wo müssen wir jetzt lang? Da lang, glaub ich, ja. Stimmt schon. Da? Ja. Ah ja. Da runter. Können wir, ich guck mal, hab da offen das nächste. Dann gibt's hier nur die... Treppe nach. Oder Leiter. Jump, Alex kommt so. Ohne das Wasser zu berühren, drunter. Jetzt hast du mal da, ohne das Wasser zu berühren. Ja. Du musst dann springen einfach, auf diesen Vorsprung. Ja, du musst dann nach rechts springen, ne? Ja, und spring, hopp. Siehst du? War doch gar nicht so schwer. Wo ist, wo ist? Wo ist, wo? Wo? Hä? Da schießt einer auf uns. Willst du dann nächstes Mal weitermachen? Muss ich ja wohl. Ja, und was ist das jetzt für heute, ne? Ich war gerade schön da, außerhalb von Bildern. Wir sind voll rot angestrahlt. Rotlichtbezirk ist das jetzt. Ja. Ja, dann machst du nächstes Mal weiter. Ich fand es immer noch... Also das war jetzt wieder richtig geil, eigentlich so im Kanal rum. Das ist das, was mir Spaß macht. Kanal rumkriechen. Gut. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Mit ein bisschen mehr Progress und ein bisschen mehr Zombies. Na, sagt komm. Zombies hattest du jetzt echt nicht so viele. Ja, aber ich bin schon weit gekommen. Ich hatte das letzte Mal da, da voll die Invasion. Da kamen, wir sind halt zehn Stück auf einmal oder so, als ich in diesem Schaltwerk-Dings da war. Na, das ist am Anfang musst du erst mal so einen Schock geben, dass du Angst hast. Das ist da Bescheid. Genau. Liked, wenn euch das Spiel immer noch richtig geil gefällt und so, ne? Also ich finde es schon Hammer. Ja, ist schon geil, ne? Mal schießen sowieso und schießen viele Schießspiele. Schießen Zombies, alles geil. Ja, das ist so vielfältig irgendwie auch. Naja gut, besser als Cryo 4 irgendwie. Wisst du Bescheid. Und abonnieren nicht vergessen, ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.